Was ist Kundalini-Erwachen? Das Erwachen der Kundalini ist ein schrittweises und manchmal auch dramatisches Ereignis. Erwachen der Kundalini geschieht schrittweise sowieso. Im Grunde genommen, die Kundalini ist die evolutionäre Energie in allem Lebendigen. Es ist die, laut der Kundalini-Yoga-Theorie, laut der Shiva-Shakti-Philosophie, ist die Kundalini-Energie diejenige, die Leben sich entwickeln lässt. Vom einfachen Einzeller zur komplexeren Pflanze, zum tierischen Leben, zum komplexeren tierischen Leben bis schließlich zum Menschen. Das Erwachen der Kundalini, das Kundalini-Erwachen bringt dann den Menschen dazu, nie zufrieden zu sein. Tiere können ganz zufrieden sein, wenn sie was zu fressen haben, Dach über dem Kopf und gerade die Hormone sich beruhigt haben. Mensch dagegen hat so eine innere Unruhe, will immer mehr, ist mit nichts zufrieden. Was bedeutet Kundalini-Erwachen? Im Menschen erwacht die Kundalini weiter, schrittweise. Ist das Kundalini-Erwachen relativ stark, dann hat der Mensch wirklich Sehnsucht nach dem Göttlichen, Sehnsucht aus der Individualität herauszukommen, Sehnsucht nach Transzendenz, Sehnsucht etwas Sinnvolles zu bewirken. Die Sinnfrage wird stark, wenn die Kundalini erwacht. Was ist Kundalini-Erwachen? In der nächsten Stufe ist es nicht nur eine Sehnsucht. In der nächsten Stufe ist Kundalini-Erwachen auch die Fähigkeit, wirklich regelmäßig bei den spirituellen Praktiken zu sein. Täglich zu meditieren, Asanas, Pranayama zu üben oder andere spirituelle Praktiken. Auch sonst den Lebensstil darauf auszurichten. Was ist Kundalini-Erwachen? Manchmal auch eine dramatische Energieerfahrung. Kundalini-Erwachen kann verbunden sein mit einer Hitze in der Wirbelsäule, mit einem Pochen in der untersten Wirbelsäule, mit Durchschütteln und Durchrütteln. Kundalini-Erwachen kann verbunden sein mit einem außer im normalen Leben herausgerissen sein. Dieses Kundalini-Erwachen ist eine Reinigung, ist eine Bewusstseinsveränderung, ist eine Transformation von Körper und Psyche. Was ist dieses Kundalini-Erwachen? Eine vorübergehende spirituelle Erfahrung, die Körper und Psyche transformiert, sodass du nachher auf einer höheren Bewusstseinsebene wieder deinen Alltag leben kannst. Was ist Kundalini-Erwachen? Es ist eine Mahnung, suche dir jemanden, der sich damit auskennt. Lebe ein reines Leben, strebe nach etwas Höheren, richte deinen Geist nicht einfach aus nach Oberflächlichem. Was ist Kundalini-Erwachen? Eine Gnade. Was ist Kundalini-Erwachen? Ein hinein katapultiert werden in höhere Bewusstseinsebenen zur Erleuchtung und zum Erwachen. Leider ist Kundalini-Erwachen nicht sofort die Erleuchtung. Kundalini-Erwachen geht langsam, schrittweise und manchmal auch mal plötzlicher. Kundalini-Erwachen geht in Wellen. Wenn du einmal ein dramatisches Erwachen hattest, wird es vermutlich für den Rest deines Lebens nicht mehr so dramatisch zugehen, sondern eher schrittweise. Du magst das erstmal mögen, vielleicht manchmal enttäuscht sein, weil so viel Drama hat auch etwas Schönes. Aber Kundalini-Erwachen ist jetzt nicht einfach nur spektakuläre Erfahrung, es ist es auch mal, sondern vor allen Dingen Erwachen der Seele, Erwachen zu dir selbst, Erwachen zu deiner wahren Natur. Mehr Informationen über Yoga, Kundalini-Yoga und auch was du machen kannst beim Erwecken der Kundalini und welche Kundalini-Erweckungsphänomene es gibt, wie du damit umgehst, auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de-kundalini-yoga.